Die Leute, die mir auf YouTube folgen, wissen ja, für den Kinnbart habe ich drei Jahre gebraucht. Du hast gerade original Pennywise Gedächtnisfrisur. Lass mal auf, wenn mein Kiefer so aufklappt, Alter. Die sind alle verdummt. Alter, ich fasse das nicht. Es ist wirklich sprühbar. Oh mein Gott. Lass mal los. Jeder weiß ja, wenn du was drehst und du stehst vor der Kamera und nicht hinter der Kamera, dann besteht ungefähr 60 bis 70 Prozent des Tages nur aus Warten. Also, putze ich hier die Gläser und mach die Requisite kaputt, weil vorhin habe ich tatsächlich die Bar abgewischt, obwohl die Wasserflecken drauf bleiben sollten. Ja, er ist zu sehr in der Rolle, ne? Das ist Method Acting. In meiner Bar würde das nicht passieren. Du bist geil, weil Gunnar die ganze Zeit direkt neben dir die Kamera einrichtet, da. 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 Kein Gunnar? Nein. Einen Gunnar? Kein Gunnar? Einen Gunnar? Hast du da drei Kameras? Ja. Warum hast du drei Kameras? Drei Kameras? Zweifel. So eigentlich. Drei im Handy, oder? Hast du eigentlich drei Kameras? Ja. Jo, danke. Hey! So läuft. Was ist hier? Danke. Einfach nochmal. Alter, dieser Wirt. Er ist sehr festgeklebt. Ja. Und er ist sehr kratzig. Und er ist sehr kratzig. Nicht meiner. Aber er fühlt sich echt an, Alter. Das ist ja echt Haar. Das ist total krass. Auch die Haare hier, die sind auch echt Haar. Super weird. Das ist echt Haar? Ja. Von wo? Von Menschen. Hoffe ich. Jetzt wo ich so aussehe, ist es leider keine schwarze Wirt. Aber ich bin ja großer Fan der Serie. Deshalb jetzt der Grundkurs. Laufen. Wie die Hauptrollen in Suns of Anarchy. Ja. Tschüss. Ich bin raus. Ihr Spassen. Geht den? Ja. Jetzt hat man sie gesehen. Wir legen Wert auf Realismus. Das wird scheiße. Ja. So schnell geht's. Sehe ich nicht wunderhübsch aus? Oh ne, dann siehst du nicht. Das ist jetzt geil. Was ist das? Ne, das hat jetzt richtig was cooles. Ich weiß mich piratisch. Das ist mega cool. Warte, ich mach nicht. Aus Somalia. Geil. Geil. Ist das auch viel besser? Ist das auch viel besser? Drei Kameras? Ja. Rieschuhlasch. Äh. Wow. Pizza und Bad verträgt sich nicht. Ey, das ist super schwer mit dem Bad. Das hauptsache gar nicht. Das alles so festgeklebt ist im Gesicht, ey. Das ist ein Eisbessern zu, oder? Ja, mit Besse. Das ist ein Eisbessern zu, oder? Das ist ein Eisbessern. Deine Beste? Ja, Continuity. Ich weiß nicht, ob der zu oder auf sagt. Der unterste ist immer offen. Ich glaube auch. Ich bin nicht alles noch beim Rennen aufgegangen. Ich hab gehört, deine Schuhe sind nicht so gemütlich. It hurts. Wenn ich laufe, sieht's so aus. Die geht nach oben auf. Wie dumm ist das denn? Holy shit. Du hast doch noch verherrscht. Sehr schön. Alter, das sieht nice aus wie du aus. Das warst du auch. Ah. Jetzt kommt wieder die beste Frisur aller Zeiten zum Vorschein, wie gestern, Alter. Was, Alter? Richtig gut? Alter. Boah. Foren tief rein. Mhm. Oh, lol, Alter. Das Make-up ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber der Bart wird irgendwann so steif und so fest, dass du wirklich einfach mal denkst, Was ist das? Ich kann mich nicht rühren.